schon die frage wer das video vorhin beendet hat aber es wird heute ein video gemacht was zur polizei geht und zu meiner gesetzlichen betreuung wegen dem diebstahl hier im haus der konnte öfters machen wir das video zum polizei ich war eine woche in der klinik akadrit psychiatrie wo ich auch noch rechts ist ich gehe wegen schmerzen seit vier monaten in die klinik akadrit weil da werde ich ihr termine bekommen im frankenhaus ist andere thematik oder oder bei ärzten die das durchsuchen seit drei vier tagen keine schmerzen oder es kommt schon pfunk sein heute wieder mit dem training an die gerne wolle aber vorher schon aber das fett was hier weg ist dann war das kommt nicht vom training das ist scheiß verfickte spritzen die holle und scheiße das ist aber auch wo ist er aber wegen dem warum jetzt gar nicht gesundheitsrecht system wird aufgeteckt das ist klar also hier waren die die stelle sogar sie haben sogar die hausordnung abgemacht und abfall einer geschnitten und das theoretisch können sie den den riedel fragen weil es keine reaktion oder bricht ist jetzt nicht mein theoretisch der eigene verstand oder ja wir sind nicht gesagt und bei gericht ist es auch nicht gelten oder eine lächerliche scheiße von umsonsten meine gesellen bei und das licht war ganz anzieht man nicht zu müssen also jetzt sieht man wie weit jetzt immer wieder ein bisschen was um glaube ich wirklich aber die politik wird heute ein video bekommen zu ist ein fax ob es da was drin steht ob sie noch weitere youtube ist finden das wenn man sehen aber es fragt wird von diesem haus abgeschickt ich zahl auch gerne 50 cent fürs fax für beide ich schaue es kann ja wie sonst gewinnen machen oder herr uckert aber ja fragen sie mal den doktor hüttl der ist ja auch angestellt als was patientenorientation oder ja aber hören wir mal auf mit dem thematik d Vielen Dank. 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 Okay. Nein, ich habe... Okay. 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 Ich bin ein bisschen verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... 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